Willkommen zum nächsten Video, es geht weiter, die alchemistische Revolution mit Jaffa. Und zwar soll man diese Erze suchen. Man soll die Erze dann Eve bringen, dass sie die zerkleinert. Und das Wichtige ist, in der Insel der Ewigkeit gibt es die nicht, sondern einfach nur in diesem Valley und wenn man die Steinecken hier abbaut, irgendwann müssten die kommen. Gut, da war keiner drin. Okay, da auch nicht, aber ich weiß, dass die Lichtungen des Vertrauens, da gibt es die auf jeden Fall. Ich glaube, die müssten sogar überall drin sein. Ja, genau so sehen die aus. Genau. Da der nächste, genau, Lichtung des Vertrauens. Schon habe ich sie. Dann weiter zu Eve. Die ist... Ich weiß gar nicht. Ja, die ist auch hier. War die nicht eben noch da? Ach, da steht sie doch. Oh Mann. Er ist nett. Nein. Das ist alles. Ich hoffe, das ist irgendwas. Okay. Ich kann das nicht eigentlich. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Da sind alles. Ich kann es auf jeden Fall. Dein. in seinem labor natürlich dass man auch jahr andauernd zwischen den welten jetzt wechseln muss wie viele türen hier ist einfach noch gibt also wie viel die noch machen könnten von diesen erweiterung die nächsten stehen ja auch schon fest die nächsten charaktere wird ja timon und pumba werden wie mich meine innere stimme gern erinnert jetzt muss ich dann noch durch den ganzen palast laufen das muss ich auch mal alles weg machen ok bin da da ist ich bin noch in seinem labor mein aber welche meinen kochtisch ok gut das alles für gold kann man das nicht auch in eisigen höhen oder so einfach abbauen ich bin noch nicht in eisigen höhen oder so einfach nicht in eisigen höhen ich bin noch nicht in eisigen höhen ich bin noch nicht in eisigen höhen ich könnte um rat fragen gut wir sprechen uns später nein oh nein oh nein also die zurück da ist schon mal der erste da unten ach ja die sind alle hier ja schnell hier geblieben ja 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 Ich bin ganz zufällig der gewaltigsten Zauberer der Welt. Ich bin ganz zufällig der Welt, aber ich bin ganz zufällig der Welt. Gehe ich zu Ursula, die ist immer sehr sprunghaft. Die schwimmt halt einfach mal im Sand. Ich bin ganz zufällig der Welt. Ich bin ganz zufällig der Welt. Achso, okay, okay. Es gibt drei Essenzen und es gibt dann das Hauptding. Ich bin ganz zufällig der Welt. Okay, ich muss danach angeln. Wahrscheinlich hier. Dann gehe ich erst noch zur guten Fee. Ich liebe es, dass hier jeder Tag anders ist. Ich bin ganz zufällig der Welt. 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 Das Land der Uralten. Ich bin ganz zufällig der Welt. 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 Ich bin ganz süss. Ich bin ganz süß. Und ich bin ganz süß. Ja, ich mach das nach der Reihe. Also es ist hier. Das müsste dann hier sein. Ja, es gibt nur den. Das ist garantiert der goldene. Ja, der glitzert schon. Okay. Also kann es nur der sein. Ich bin ganz zufällig der gewaltigste Zauberer der Welt. Herstellen muss ich den. Ich lebe einfach mein Vater. Und wie lange dauert das jetzt? Na ja, gut. Okay. Dann erstes fangen das Buch. Es ist fast so, als wären wir in Monys Fantasiewelt eingedruckt. Okay, das ist nämlich alles. Also könnte es auch hier rum fliegen. Wo ist das? Da ist es. Ja, hab ich dich. Gut, dann bin ich gleich wieder da, wenn das dann gewachsen ist. So, also ich glaube, er ist gewachsen. Das hat jetzt gar nicht so lange gedauert. So, eigentlich ein paar Minuten. Und jetzt wieder zurück zum Labor. So, jetzt wieder zurück zum Labor. So, dann wieso kriegt er das? Gut, du bist hier. Ja, ha, ha, ha! Ja, ha, 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 ha! Bravo! Okay, mische die Nebenessenz und die Hauptessenz. Okay, Hände. So, das geht. Das geht auch nicht. Ach so, weil ich das hier machen muss. Ah! Also, jetzt sehe ich wenigstens die Tränke und kann hier gucken, welchen ich hier gerade ausgewählt habe. Ich habe mir von jedem schon mal was genommen. Hier einfach mal von jedem so vier, fünf Stück, von dem einen, drei. So, und dann schätze ich mal, dass man die so hier kochen soll, genau. Dann kann man das hier auswählen. Dann gucke ich nochmal. Hier, Fantasie. Fantasie. Ähm. Fantasie. Ähm. Und den? Ja. Also, der nächste, ist der jetzt eigentlich weg? Nee, gell? Das war Fantasie. Dann ist hier Geduld. Geduld ist gelb. Gelb. Drei Sterne. Echt nur drei. Geduld, Geduld, Geduld ist gelb. Richtig gelb. Geduld, Geduld, Entschlossenheit. Stimmt das? Ja, das stimmt auch. Okay. Dann. Ähm. Hier. Wo ist es? Die Aufregung. Aufregung. Ähm. Aufregung. Wie geht das? Wie geht das? Ich will das denn weg или mit dem Handel. Tod々 hier. Ich dachte, dass er nicht alleine einen Tag ohne und erinn Parteif úyorum. Wie heißt das? Sie müssen meineience schä lounge zur Zeit. Geber nefach zu haben. stimmt und es müssten alle drei sein bravo also gut los geht's jetzt krieg ich sie wieder zurück ja dankeschön wir sehen uns soll ich die auch wieder kochen ok ich hab kurz überlegt aber man muss sie kochen gut du bist hier ja 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 bitte fahre fort ja 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 naja ja ach hör doch erledige dream leitpflichten verschenke beliebte gegenstände an dorfbewohner shit jaffa habe ich schon voll beschenkt um den hochzuleveln ok dann ich erkläre noch schnell wie das funktioniert dream leitpflichten ist klar hier gut da sind jetzt die nebelpflichten wenn man jetzt in dem dream leit ist kommen halt die dream leitpflichten also einmal in die das andere gehen und hier die gegenstände die sind hier wenn man denen was schenken will stehen die unten ja den habe ich halt schon bei drei haken dem kann ich nichts mehr schenken und so funktioniert das ganze dann halt fünf davon fünf davon und dann sollte das wenn ich mich nicht ganz geirrt habe funktionieren deswegen bin ich gleich wieder da wenn ich das erledigt habe so das habe ich jetzt auch erledigt das ist genauso es geht allerdings nur pro charakter einmal dieses wo man sein lieblings tägliches dings da bringen soll also pro charakter nur einer ich habe einem charakter alle drei wünsche erfüllt das zählt als eins so als nächstes das ist hier oben naja da sind sie doch schon hier und hier na toll weil ich so viele sachen aufgenommen habe da bin ich so ein bisschen dass ich da ja das reicht erstmal anderen kram werde ich später los nur dass ich so ein bisschen platz habe es heißt ja nicht in seinem labor ich liebe und jetzt geh das ist nicht der stein den ich wollte ich fühle freude also ich bin also ich ist okay das war es dann wahrscheinlich mit der aufgabe schön zu hören ich werde ich halt wieder kontaktieren hat er gesagt genau das war es dann auch mit dieser aufgabe lang gedauert dann ist die auch fertig dann muss ich den erst weiter leveln das war es dann mit dem video wie immer wenn ihr wollt könnt ihr mir gerne like oder abo da lassen und dann bis zum nächsten mal